Heinz, ich hatte schon immer Probleme ohne Frau. Du bist zu durch. Das stinkt langweilig. Ehrlich, ich drehe echt Däumchen. Ich drehe echt am Radhals. Tja, dann kann ich nur hoffen, dass ich Ihnen in einer Bäckerei kennenlerne, dass ich Ihnen beim Flyer kennenlerne oder mit dem Spitzigen in den Heiljensee. Ja, und ich gehe jetzt hier immer ein bisschen vorne an den Heiljenseeer Chaussee. Das ist ja sehr schön hier. Das ist ja wunderschön. Und ich setze mich auf die Bank in der kleinen Allee, da wo reise ich das nächste Jahr. Ja, und dann gucke ich und dann sitze ich da und wenn dann vielleicht einer sich neben mich setzt, mit der ich ins Gespräch komme. Ich kann Ihnen noch nicht mal sagen, Heinz, ob ich eine langjährige Beziehung aufbauen will. Soweit ergibt sich ja auch. Und Tod reden will ich soweit auch nicht, weißt du. Das muss sich wirklich ergeben. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.